Hallo zusammen, heute mal wieder ein Einzelwert. Wir haben den 21. Oktober, es ist 17.33 Uhr und in diesem Clip geht es um die Deutsche Telekom. Vor euch liegt der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche, seit dem 22.02.2016. Ich möchte diese Geschichte hier mal erklären, weil wir sehen das gleich im Tagschart auch. Das ist so eine Soft Landing Area. Ihr seht, wo die herkommt, das sind hier die Hochs, ich werde es gleich deutlicher zeigen, und die Tiefs, das habe ich verbunden, habe dadurch diesen kleinen Kasten hier bekommen. Wir sind über das MACD, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran, sind wir noch negativ. Da hat noch nichts gedreht auf Wochensicht, aber wir sind auf Wochensicht in der Stochastik jetzt schon sehr tief. Das seit ungefähr vier Wochen. Das hier wären zwei Monate. Und vor allen Dingen muss man da ein bisschen aufpassen, es ist noch kein Kaufsignal. Gehen wir mal auf den Tag. Das ist jetzt hier der Tag, und jetzt erkläre ich nochmal hier diese blaue Zone für meine ebenfalls farbenblinden Kollegen. Das ist blau und das ist schwarz. Diese blaue Zone hat hier Bestand seit dem 20.05.2020. Das war immer wieder ein Hochpunkt da auch, und gleichzeitig auch ein Tiefpunkt, so wie ich es hier gezeichnet habe. Ich habe also hier die tiefsten Hochs und die höchsten Hochs miteinander verbunden und komme auf diese Comfort Zone. Nehmen wir es mal so. Jetzt zähle ich hier mal ein bisschen näher ran. Besprechen wir mal die Fibus. Von der Bewegung von Ende Februar, hier bei 14,60, ich runde leicht, hoch bis zu 19, auch hier runde ich leicht, sind die letzte Woche aber punktgenau auf das 61,8 Retracement gelandet. Also ganz, ganz knapp darunter. Das ist momentan bei 16,23. Das heißt, die haben diese gesamte Bewegung hier von den Fibus her komplett verdaut. Wir handeln unter der 200-Tage-Linie. Das ist diese hier. Steht momentan bei 16,82. Die Gleitendurchschnitte sind negativ. Jetzt gucken wir mal auf die Bänder. Das obere Band, Moment, das muss ich ein bisschen schöner machen. So. Das der Bewegung nach unten entgegengesetzte Band, das obere, verliert die Richtung. Passt sich an. Das ist ein gutes Signal. Das ist durchaus ein positives Signal. Und wie gesagt, wir sind hier am 61,8 Retracement. Auf Tagessicht ist das MACD positiv geworden über die moderne Sichtweise und wird es über die traditionelle auch. Die Zorastik als Oszillator, den ich beachte, hat auch den Weg nach oben eingeschlagen. Von daher auch positiv. Es gibt, jetzt mach ich wieder ein bisschen auf. Natürlich die Möglichkeit, dass wir diesen Hammer, den wir letzte Woche gemacht haben, mit dem wir das 61er ganz kurz unterboten haben, das ist eine sehr gute Unterstützung. Das sind Hammer immer. Oder auch Signale. Bisher ist es ein Hammer. Erst wenn dieser tiefste Kurs hier bei 16,16 unterboten werden würde, mit einem Schlusskurs, dann ist der Hammer nicht mehr Hammer, dann ist es einfach nur eine Kerze. Aber im Moment ist es ein Hammer. Es ist also auch positiv zu werten. Aber es ist durchaus möglich, dass wir, sollte der Gesamtmarkt schwacher oder schwächer werden, dass wir hier nochmal irgendwo hier runter gehen, Richtung unteres Band. Alleine, ich habe zu viele Signale, gleitende Durchschnitte noch nicht, aber Bollinger Band, MACD, Stochastik, Hammer, Fibonacci, die mir hier den Boden anzeigen. Ich mag das. Ich mag das. Muss ich wirklich sagen, ich finde das eigentlich ganz gut. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Und das ist eigentlich dann für mich der Startschuss für eine bessere Bewegung. Und zwar ist das diese Geschichte hier. Dieser Downtrend hier ist viermal berührt worden. Der hat also absolut jede Berechtigung, beachtet zu werden. Der liegt im Moment bei 17,15. Jetzt sind wir also noch so ganz grob 65 Cent von weg. Das wäre dann die Möglichkeit, dass er sich dann wirklich endlich mal von diesem Bereich hier unten verabschiedet und alles wird gut. Tatsächlich ist der gesamte Trend auf längerfristiger Betrachtungseinheit positiv. Da ist immer, also ist positiv geworden und bleibt auch positiv. Der wird erst negativ, wenn wir unter 15,85 gehen. Das sehe ich halt momentan noch nicht. Ich glaube, dass die hier eine gute Unterstützung finden werden. Vor diesem Hintergrund habe ich mich für folgenden Schein entschieden. Dieser Schein hat einen Hebel von 10, etwas über 10 und eine K.O.-Grenze von 14,90. Die Kennnummer ist die HR9U43. 14,90. Da liegen wir ungefähr hier. Und wir liegen auch unter der 200-Wochen-Linie SMA, Simple Moving Average. Also da ist auch nochmal eine Unterstützung, die wir da haben. Von daher ist der Hebel nicht so hoch, aber gemütlich. Telekom ist ein sehr schönes Dividendenpapier. Die zahlen immer so zwischen 50 und 70 Cent. Und von daher sind die auch schon da gut unterstützt. Aber ich glaube, wenn wir die 17,15 komplett rausnehmen, dann ist der Weg oben zu 19,20 besser und freier. Es gab gestern eine Analystenschätzung, die sieht die Telekom bei 28,80. Das finde ich mutig. Aber alles über 20 kann ich im Prinzip akzeptieren. Bis 20, bis 25 finde ich eigentlich durchaus gerechtfertigt. Die Musik wird nicht in Deutschland gemacht, sondern vielmehr in Amerika. Und da sieht es insgesamt wirklich ganz gut aus. Ich kann nie dazu raten, alles auf einmal in den Markt zu schmeißen, aber ich packe mir diesen Schein auf die Watchlist und ich werde langsam anfangen. Vielleicht so mit 20, 30 Prozent dessen, was ich machen möchte. Und denke dann, die Position fertig zu machen, sprich komplett zu kaufen, über den Bruch von diesem Downtrend hier. Wenn ich euch einen Call nenne, sollte ich auch einen Put ins Spiel bringen. Tatsächlich sehe ich keinen Sinn da drin, den da oben irgendwo hinzusetzen. Sondern wenn über das letzte Zwischenhoch, und das ist bei 17,76. Also da ein bisschen drüber. Da passt mir der hier auch ganz gut. Das ist ein 18,16er. Da es ja ein Turbo-K.O. ist, verliert er ja jeden Tag ein bisschen an seiner Basis. Muss dann immer mal draufschauen, ist ebenfalls ein 10er Hebel. 18,16 wäre hier. Den kann ich dann bereits stoppen, wenn wir über die 17,90 gehen. Dieser Putter, die Kennnummer HR9S7L. HR9S7L. So, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao. Bye, bye.